Ja, und darüber möchte ich jetzt auch mit Professor Oskar Niedermeier sprechen, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Erstmal schön, dass Sie da sind. Am Mittwoch stimmt jetzt der Bundestag in einer Sondersitzung ab. Wir haben jetzt gerade gehört, einen Abweichler oder einen Neinsager, den haben wir auf jeden Fall schon. Schauen wir uns aber die Zahlen an beim ersten Hilfspaket 2010. Da waren es vier Neinsager, 2012 waren es 13 bei der Verlängerung Anfang des Jahres 29. Und jetzt im Juli, als es um den Beginn der Verhandlungen erstmal ging, da hatten wir 60 Abgeordnete, die dagegen gestimmt haben. Was denken Sie, werden es jetzt am Mittwoch nochmal mehr CDU- oder Unionspolitiker sein, die mit Nein stimmen werden? Ich glaube, dass es extrem auf Herrn Schäuble ankommt, was er jetzt heute Morgen vor allen Dingen dann in der Fraktionssitzung den Abgeordneten sagt, ob er sich davon überzeugen kann, dass er jetzt glaubt, dass die neuen Verhandlungen zu einem Programm geführt haben, dass man, wenn schon nicht wirklich unterstützen, so doch wenigstens halbwegs als sinnvoll ansehen kann. Herr Kauder und andere haben sich ja durch ihre Aussagen vorher schon ein bisschen aus dem Spiel genommen. Also es wird sehr stark auf Schäuble ankommen und natürlich dann auch auf die Kanzlerin. Aber hat er denn irgendwas in der Hand, Herr Schäuble, um die Abgeordneten überzeugen zu können? Er hat eine ganz schwierige Aufgabe, denn wie ja schon deutlich geworden ist, der IMF ist noch nicht an Bord. Und das war ja eine der Grundbedingungen, die ja auch die Fraktionsführung der Union und auch Frau Merkel selbst genannt haben, für die Zustimmung zu diesem dritten Programm. Die ist jetzt noch nicht da, aber man kann ja hoffen, dass sie im Herbst da ist, wenn die ersten Kontrollen gelaufen sind. Also insofern ist noch nichts verloren, aber es wird für Herr Schäuble sehr schwer werden. Aber ich denke, er vermittelt ja jetzt doch etwas anderes, als er bei der letzten Verhandlung vermittelt hat. Da war er doch sehr skeptisch, hat auch den Brexit selbst ins Spiel gebracht. Davon hört man jetzt nichts mehr. Also vielleicht gelingt es ihm doch, wenigstens die Leute zu überzeugen, die damals unschlüssig waren und noch Ja gestimmt haben, dass die jetzt auch mit Ja stimmen und die 60, die damals mit Nein gestimmt haben, die wären ja zu verkraften. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Bundeskanzlerin, auch der Finanzminister, die wollen unbedingt, dass der IWF mit an Bord ist. Der hat aber am Freitagmorgen gesagt, Frau Lagarde hat das gesagt, wir schauen uns das erstmal an, wie das jetzt in Griechenland läuft und dann schauen wir, ob wir dann mit im Boot sitzen sozusagen. Müssten nicht streng genommen dann auch die Bundeskanzlerin und der Finanzminister mit Nein stimmen im Bundestag? Ja, das können sie ja nicht, weil das Programm muss ja ins Laufen gebracht werden. Und der IMF schaut sich dann an, wie die erste Tranche gelaufen ist, wie die ersten Kontrollen gelaufen sind. Und im Herbst wird dann nochmal begutachtet, das ist ja auch Sinn dieses Programmes, dass man jetzt die Zahlungen nicht einfach so auf einen Schlag macht, sondern dass man die stückelt und immer wieder Kontrollen einbaut und immer wieder Evaluationen einbaut und guckt, macht die griechische Regierung das, was sie versprochen hat? Setzt sie die Reform, die sie ankündigt, auch tatsächlich um? Und ich glaube, wenn das erfolgt ist und wenn auch, man muss es ja nicht Schuldenschnitt nennen, aber wenn Schuldenerleichterungen dann nochmal beschlossen werden, und das hat die Kanzlerin ja auch in den letzten Tagen schon angedeutet, dass der IMF dann schon bereit sein könnte, mitzumachen. Sie haben jetzt gerade Herrn Kauder schon mal angesprochen, der hatte ja den Abweichlern sozusagen mit Konsequenzen gedroht. Wenn Sie wieder mit Nein stimmen, wie bewerten Sie so eine Ansage? Ja, normalerweise übt man Druck auf die Abgeordneten eher hinter den Kulissen aus. Und das macht auch durchaus Sinn, denn wir haben ja in unserem politischen System ein Spannungsverhältnis zwischen dem freien Mandat des Abgeordneten auf der einen Seite und der Notwendigkeit von Fraktionsdisziplin, nicht von Fraktionszwang, aber von Disziplin innerhalb der Regierungsfraktionen, sonst würde unser System ja nicht funktionieren. Und Aufgabe, diese Mehrheiten zu sichern und die Fraktionen geschlossen zu halten, ist es natürlich von Herrn Kauder. Aber normalerweise entledigt er sich dieser Aufgabe eben hinter den Kulissen. Dass er jetzt zu einem öffentlichen Interview dazu geführt hat, das würde ich sagen, deutet schon ein bisschen darauf hin, dass er Autorität verloren hat in der Fraktion und dass das sozusagen sein letztes Mittel war, jetzt nicht so sehr diejenigen, die schon mit Nein gestimmt haben, aber diejenigen, die sich noch überlegen, ob sie mit Nein stimmen sollen, an die Fraktionsdisziplin zu erinnern. Das ja, Herr Professor Niedermeyer, jetzt hat Herr Schäuble von einem guten Tag auf einmal gesprochen. Vor ein paar Wochen klang das ja doch noch ein bisschen anders. Da hat er laut über einen Grexit auf Zeit nachgedacht. Ist er da jetzt eingeknickt vor seinen Kollegen in Brüssel? Also ich halte eigentlich Herrn Schäuble für niemanden, der so locker vor anderen einknickt. Und der hat ja auch in den letzten Wochen durchaus bewiesen, dass er gegen eine ganze Reihe von Widerständen, nicht nur aus der eigenen Partei, sondern vor allen Dingen vom Koalitionspartner, seine Ansichten durchzieht und auch nicht davor zurückschreckt, wenigstens indirekt mit Rücktritt zu drohen, um zu sagen, nein, ich lasse mich nicht verbiegen. Und deswegen vermute ich mal, sicher sein kann ich mir natürlich nicht, aber ich vermute mal, dass er selbst jetzt denkt, dass Griechenland wenigstens die Chance hat, auf einem guten Weg zu sein und dass sich doch die Atmosphäre in den Verhandlungen so weit verbessert hat, dass Vertrauen wieder ein Stück weit hergestellt ist in die griechische Regierung. Er hat jetzt auch nochmal den IWF angesprochen, der ja unbedingt dabei sein soll. Die SPD hat jetzt gerade aktuell gesagt, ach, so wichtig ist das eigentlich gar nicht. Warum, denken Sie, ist das der Bundeskanzlerin und auch dem Bundesfinanzminister, warum ist das der Regierung so wichtig? Ja, alle, die den Druck auf Griechenland, die griechische Regierung aufrechterhalten wollen, denen ist der IWF sehr wichtig, weil der IWF sehr harte Kriterien hat, wenn er bei einem Programm mitmacht. Und man hat ja in der Vergangenheit auch gesehen, dass die Kommission doch oft bereit war, die Europäische Kommission ein bisschen nachgiebiger zu sein, als es zum Beispiel die deutsche Regierung war. Und deswegen ist es der deutschen Regierung sehr, sehr wichtig, eine Institution an ihrer Seite zu haben, die eben auch eine relativ harte Haltung vertritt. Ein Unionspolitiker hat jetzt gerade gesagt, es müsste so langsam mal einen Untersuchungsausschuss, einen parlamentarischen, geben, um diese Hilfen überhaupt mal alle zu überprüfen, ob das überhaupt mit den europäischen Verträgen vereinbar ist. Glauben Sie, dass diese Forderung vielleicht auch noch von anderen Seiten oder von mehreren Abgeordneten kommen wird? Nun ja, man kann natürlich über die Berechtigung einer solchen Forderung lange diskutieren. Die europäischen Verträge sind schon, sagen wir mal, etwas gedehnt worden bei dieser Art, wie man Griechenland hilft. Und man kann durchaus die Meinung vertreten, dass sie gebrochen worden sind. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt etwas für einen deutschen Untersuchungsausschuss wäre. Da sollte man sich auf der europäischen Ebene drüber unterhalten. Schauen wir jetzt noch mal nach Griechenland am Donnerstag. Es muss ja die nächste Rate an die EZB zurückgezahlt werden. Dafür soll ja Griechenland auch neues Geld bekommen, also Schulden mit Schulden sozusagen begleichen. Herr Tsipras hat ja nicht mehr alle Abgeordneten hinter sich. Es gab auch sehr viele aus den eigenen Reihen, die gegen dieses Paket gestimmt haben. Nur mithilfe der Opposition konnte er das überhaupt durchboxen im Parlament. Er will eventuell die Vertrauensfrage stellen. Und dann kommt es eventuell zu Neuwahlen in Griechenland. Was würde all das für dieses Hilfspaket auch bedeuten? Es bringt natürlich einerseits einen erneuten Unsicherheitsfaktor in die ganze Geschichte. Andererseits könnte es aber sogar hilfreich sein im Sinne der deutschen Regierung. Denn wenn Tsipras die Vertrauensfrage stellt, wovon ich ausgehe, jetzt noch diese Woche, und das Vertrauen nicht bekommt, weil ja ein Teil seiner eigenen Partei daran ist, sich abzuspalten, und die Opposition gesagt hat, nein, diesmal werden sie nicht für ihn stimmen, dann muss er ganz schnell Neuwahlen anberaumen. Und zwar bevor sozusagen der griechischen Bevölkerung in Gänze klar wird, was diese Sparmaßnahmen bedeuten. Und dann könnte es sein, dass seine Beliebtheit immer noch zieht und er auch ohne den radikalen Flügel seiner eigenen Partei dann eine eigene Mehrheit bekommt in diesen Wahlen. Und mit dieser eigenen Mehrheit könnte er dann, wenn er weiter der Überzeugung ist, dass dieses Programm durchgezogen werden muss, auch wenn er es nicht wirklich will, könnte er dann tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Reformen auch tatsächlich durchgeführt werden. Aber wie glaubwürdig ist denn Tsipras noch? Er hat noch vor ein paar Wochen, da erinnern wir uns noch dran, ganz spontan zu einem Referendum aufgerufen, hat vorher alle auch gebeten, doch bitte mit Nein zu stimmen, weil er gegen die Sparauflagen war. Jetzt hat er für dieses Paket mit eben diesen Sparauflagen geworben. Wie glaubwürdig ist so ein Politiker noch? Naja, er hat ja versucht, über das Referendum eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen gegenüber den Gläubigern. Dies ist nicht der Fall gewesen. Die Gläubiger sind ziemlich hart geblieben und haben ihm ein Programm aufgedrückt, das ja fast noch schlimmer ist in den Augen der griechischen Bevölkerung als das, worüber sie abgestimmt haben. Aber andererseits scheint er der Meinung zu sein, dass ein Brexit, den ja ein Teil seiner eigenen Partei explizit will, noch schlimmere Folgen hätte für das griechische Volk. Und deswegen wählt er jetzt als Politiker, der auch an der Macht bleiben will, das geringere Übel, das kleinere Übel und versucht eben seine eigene Popularität dahingehend in die Waagschale zu werfen. Dass er sagt, mir gefällt das Programm auch nicht und es ist für euch schlimm, aber ich verhindere damit noch Schlimmeres. Und wir haben keine andere Wahl. Es ist ein Dilemma, Herr Niedermeyer. Vielen Dank, dass Sie hier waren.